Hi, ich bin Asi und ich war gerade für meine Junkfood-Family-Einkaufen. Schokolade für den Capital Bra. Energydrinks von Gangster-Rapper Capital Bra. Bro, seit wann hat Capital Bra einen Energiedrink? Ü-Eier für die Jüngste im Bunde. Außerdem habe ich für eine Schöpfung mit meinen Jungs eingekauft. Alles ganz streng nach Bestellung. Warum das Ganze? Ich will herausfinden, warum Capital Bra derartig auf Junkfood abfahren müssen mit steigenden Kosten rechnen. Momentan sind das etwa 60 Euro pro Jahr in Deutschland. Das wird ansteigen. Nö. Für Capital Bra will ich herausfinden, welche Rolle die sozialen Medien spielen. Ich will versuchen, auf Junkfood heranzukommen. So, ihr wolltet Junkfood. Ihr kriegt Ü-Eier. Wollen wir einfach gleich mal aufmachen? Wollen wir einfach gleich mal aufmachen? Wollen wir einfach gleich mal aufmachen? Eine Pizza hat 166 Kilokalorien. Julius, kannst du das mal googeln? Nö. Wenn du eine Pizza isst, dann hast du ja wirklich schon mehr als den halben Tagesbedarf rein. Echt? Tja. Wie viel Zucker dürfen denn Kinder täglich zu sich nehmen? Also es dürfen maximal 25 Gramm pro Tag sein. 40 Gramm Zucker nur in dieser Dose. Dann dürfte man eigentlich nur die Hälfte trinken. Machst du das? Ja, nein. 7,8 Dosen pro Tag vielleicht. Man wusste das mal ja. Also wir kochen KFC Chicken. Jo Leute, hui. Schließwehr. Willkommen bei einem neuen Video. Das Rezept ist von Crispy Chicken. Machen wir ganz easy selbst. Wo bewegst du dich denn eigentlich im Netz? Ich schaue ja TikToks oder... Für ein Selfie mit dem heiß geliebten Influencer und ne Pizza tun die Fans fast alles. Echt krass. Dass Influencer Werbung machen. So ihr Schlinger, ihr fragt euch mit Sicherheit, was wir hier in Berlin auf dem Kauflandparkplatz machen. Das ist relativ simpel. Der Laden ist komplett leer. Keine Kunden. Ich habe den Schlüssel. Abfahrt. So Freunde, noch was. Ihr habt gestern einen sehr, sehr mysteriösen Anruf bekommen von Monte. Hallo? Ich habe hier mal eine Frage, Digga. So, wann haben wir denn das letzte Mal geblieben? Er hat gesagt, Matthias, ich brauche dich. Sei bitte morgen Sonntag 12 Uhr 12 auf dem Kauflandparkplatz. Hä? Hä? Moin. Ja. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Es geht um kühle Getränke. Und P.S. Hört sich doch gut an. Kühle Getränke für dich. Für mich, P.S. Let's go. Okay. Hier ist los, ja. Und das hier ist das ganze Geheimnis, oder was? Ja, hier hinter sind zwei Jahre Arbeit, Matthias. Was der Tütensuppe entwickelt, Ross? Nicht ganz knapp daneben. Was der Tütensuppe entwickelt, Ross? Nicht ganz knapp daneben. Was der Tütensuppe entwickelt, Ross? Energy. Digga, das ist geil. Zieh runter, das Ding. Darf ich präsentieren? Der Gönner-Cheat. Habt ihr mal ein Dürchchen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Gönn dir. Nimm mehr Käsekuchen. Einzigartig. Gibt's doch nicht. Krone auf dem Kopf Und die Maus in der Hand Gönn mir non-stop Im Internet ein Gott Der regiert hier das Land Alle wissen doch Es ist der König, der Meister, der Chef Eis in den Chat Eis, Eis in den Chat Alge Alge Alge, 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 Alge Scheißflosse, Drecksflosse